Echte Praxis zeigt sich nicht im Tempel oder Schrein, sondern draußen im Alltag. Dort, wo wir auf das wahre Leben stoßen, auf Menschen, die in uns Hass, Liebe, Mitgefühl, Verlangen wecken können. Eine Religion zu praktizieren, heißt nicht einfach nur zu beten. Es geht dabei vielmehr um die Entwicklung positiver Qualitäten, wie uneigennützige Liebe, Mitgefühl, Güte, Verantwortungsgefühl und die Großzügigkeit, die gibt, ohne etwas zurückzuerwarten oder nachzurechnen, und zwar nicht nur unseren Freunden gegenüber, sondern allen Wesen in unserer Umgebung, auch unseren Feinden.